Junge! Okay, willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal wieder mit Nico. Nico hat wieder ein neues gefährt. Man kennt es nicht anders. Nico hat ja gefühlt alle paar Wochen neues Motorrad, aber die bleibt jetzt fast länger. Die bleibt jetzt länger, okay. Das ist eine Africa Trin, 1000 Kubik. Was wiegt die? 260 Kilo. 260 Kilo. Aber du hast gesagt, du machst damit auch ein bisschen Quatsch. Und deshalb sind wir heute hier, weil wir wollen Quatsch machen. Mal wieder. Ja, wir wollen ein bisschen rumjumpen. Zweieinhalb mal so viel wie eine LXC. Das mag jetzt vielleicht nicht so viel klingen, aber es ist auf jeden Fall schon ordentlich mehr Gewicht. Das merkt man halt vor allem, wenn man so am Lenker drückt. Hier mit der LXC gar kein Problem. Erstes Mal Offroad und einer der ersten Fahrten überhaupt. Dann bin ich gespannt, dann fahr mal vor. Ich weiß jetzt nicht, ob er ABS oder Traktionskontrolle ausgeschaltet hat fürs Gelände. Junge, Nico, du kriegst ja richtig Gas hier. Ich krieg alles ab. Ich krieg alles ab. Ich krieg alles ab. Es ist nicht ganz Cannabis. Oh, ihr möchtet was. Michael, das ist ein Wurf. Ich krieg alles ab. ich bekomme alles ab aber so dicke steine es tut richtig weh das erste was ich gesehen habe ich hoffe man entscheidet oder so ist nicht gebrochen ja das ist krank also ich halte auf jeden fall abstand das ding marschiert richtig hast du traktionskontrolle und so alles aus okay abs ist vorne geht nicht aus es ist aber auch okay ja ja und traktionskontrolle komplett aus ich habe sieben stufen traktionskontrolle guck mal ich mache jetzt mal an pass auf traktionskontrolle nummer sieben vollgas das ist vollgas mit höchster traktionskontrollen stufe krass guck mal wie sie kommen dann weg regelt crazy man das ist echt verrückt jetzt hat das ausgemacht okay ich verstehe schon die haben voll das loch da gebundelt das sieht anders aus als letztes mal wir analysieren jetzt hier noch einmal den sprung aber hier ist so eine coole das loch da das nimmt aber einen komplett hops du kannst hier nicht mehr mit speed kommen ist das schade ja nico sagt auch schon es geht nicht und man kommt hier ihr seht hier ist so eine coole man kommt damit so viel speed dass man voll in die ramp rein springt das geht gar nicht schade man konnte hier früher im vierten gang durch land habe ich auch ein reel auf instagram hochgeladen ich dachte mir heute mache ich noch schneller aber es geht nicht unmöglich ja geht leider nicht ach ist doch schade wie bitte sie sind nicht richtig unterwegs das heißt dass sie auf gesperrten wegen unterwegs sind okay aber das wissen sie ja ja aber also nur um das kurz zu verstehen stört sie das jetzt persönlich oder das stört mich auch persönlich okay letztendlich dass alle spazierwege sind ja wenn sie hier hinten über diese wege kommen kommen sie wahrscheinlich auch oben über die rekultivierung das bedeutet das bedeutet wiederum dass sie da letztendlich äußerst störend auch für die tierinnen unterwegs sind okay also wir verjagen da die tiere die da okay alles klar merken wir uns dankeschön wir zerstören die rekultivierung meanwhile zehn meter weiter riesen bagger kraftwerk der bagger baggert ein loch was fünf kilometer lang ist und hunderte meter tief aber rekultivierung machst du kaputt also ich sage mal so hat er nicht unrecht aber ungelogen 150 meter gerade hinter uns riesen bagger durch normalerweise erleben und leben lassen aber ich werde nie leben gelassen und ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen also wenn ich jetzt durch ein naturschutzgebiet düsen würde hands down kann ich komplett nachvollziehen komm nico da hoch meist mit sumo schafft man ja wollte eigentlich nie mit der enduro fahren junge wie kriegt man hier ein bisschen mehr traktion es ist so krass ja so nico los geht's also das war jetzt wirklich ein sandiger hang ihr bekommt erstens keine geschwindigkeit aufgebaut und wenn ihr dann einmal geschwindigkeit aufbauen wollt und zu viel gas gibt dann dreht das hinterrad durch und ihr verliert die spur soll ich helfen ja das geht mir nicht so easy damit ja wir fahren panzer das ist ja so weich das fühlt sich voll sicher an dass mein super motor fahrwerk ist definitiv viel zu hart hier weil das die ganze zeit über die löcher springt das hüpft so findet keine traktion zum boden dass die trin echt die schluckt das alles ich schluck das alles einfach komplett weg da waren wir aber richtig am schlittern die trin wenn da einmal das heck ausbricht und man vom gas geht dann schlittert die nicht wieder zurück in die mitte sondern auf die andere seite bei der exe ist so wenn die ausbricht und man vom gas geht dann zieht die sich wieder gerade dadurch dass sie die 21-zoll-felge hat und das weichere fahrwerk gleitet die über den dreck die ist so hart die ist scheiße zu fahren für das gelände ja du hast löcher und durch das harte fahrwerk springt die von kuppe zu kuppe aber findet keine traktion darunter und die kleinere felge vorne wenn jetzt so ein stein hast der greift so ein kleines rad viel eher an als so ein riesenrad das gleitet einfach drüber jetzt wieder absolute umgewöhnung kurvenmonster supermoto kommt okay jungs wir haben mal wieder bewiesen selbst mit solchen reifen hier ist es offroad fahren möglich aber eine herausforderung aber wir haben es geschafft okay nico es war mir mal wieder eine freude und ja das müssen wir noch mal machen wir machen jetzt erst mal ein ölwechsel so nach diesem rideout steht jetzt auf jeden fall mein ölwechsel an ich bin nämlich schon ein ölwechsel zu spät das kommt sehr sehr selten vor und ich kann euch ein update zur dt geben die steht nämlich gerade vor mir es hat sich einiges daran getan das fahrwerk vorne ist drin das war bei power force suspension und die schwinge ist auch drin das zeige ich euch jetzt mal so sieht das ganze aus wir haben jetzt hier die gabel in blau die wird natürlich auch komplett überholt die gabelfüße sind endlich in schwarz jetzt kommt hier der exe bremssattel dran mir wird gerade noch die steckachse vorne gedreht dann gibt es nämlich keine mehr die gabel ist ja schon etwas älter von der 2002er exe oder sowas das heißt hier muss man noch viel selber anpassen dann ist die schwinge hinten drin endlich von der yamaha wr200 hier hat einiges nicht so richtig gepasst da musste man viel anpassen jetzt aber passt das ganze und das geile ist wir fahren jetzt hinten eine 5 zoll felge und das ist so unfassbar breit für eine 125er hier sehen wir den original dt reifen ist schon ein bisschen eckig gefahren reifen hat auch nicht mehr der jüngste gewesen und jetzt haben wir einfach diese brutale wucht hier drauf jetzt sieht die dt aus wie eine große maschine jetzt fehlt da noch ein bisschen mehr leistung da können wir uns auch drum dann kam das nächste problem wir haben ja hinten jetzt die exe felge drin mit der wr200 schwinge weil wir eine exe felge haben haben wir auch ein exe kettenrad und dann kam folgendes problem dadurch dass wir dieses kettenrad von der exe haben mussten wir vorne auch ein passendes ritzel finden denn die kette von der dt ist eigentlich viel kleiner aber jetzt haben wir ein exe kettenrad eine exe kette aber wir hatten vorher noch ein kleines jamaa dt ritzel und das hat mit dem rest von exe wie zum beispiel das kettenrad um die kette nicht zusammen funktioniert das heißt wir mussten ein ritzel finden was ausgelegt ist für eine 5 20er kette aber eine aufnahme für die dt ausgangswelle hat so also ihr merkt schon das thema war nicht mal ebenso beendet aber jetzt hoffentlich alles fertig jetzt warte ich wie gesagt noch auf die achse dann können wir vorne die felge auch rein machen die steht nämlich hier dass die exe felge vorne hier warte ich noch auf so umlenkungs stangen weil die dt so viel zu hoch ist und das sieht sehr sehr lustig aus aber so ich blende euch immer was eines ist einfach nur albern haben wir jetzt hier die schwinge von der wr drinnen und da sind eigentlich diese dinger hier drin und jetzt haben wir das problem mit den originalen ist das motorrad sehr hoch das sieht ultra sieht so dumm und behindert aus und mit diesen dingern hier ist das fahrwerk viel zu tief und jetzt haben wir hier ich habe mir das mal abgemessen und eine mischung aus beiden gemacht und damit sollte das dann passen ich komme auch nicht mehr mit den beiden auf dem boden hier seht also da gibt es ein kleines problem und jetzt stellt euch mal vor man wird von der polizei rausgezogen macht den ständer runter und sei sagt ja stellen sie die maschine mal ab sage ich zur polizei warten das problem was das problem stellt euch mal vorher sitzt bei david im lotus oder so und diese dt dann seht ihr nur sowas hier deshalb da warte ich noch da habe ich eine zeichnung gemacht das wird gerade gelasert dann geht auch endlich mal wieder die t-action ihr habt ja schon im letzten video gefragt ok jetzt machen wir mal den ölwechsel jetzt geht es So, das war's auch schon mit dem Ölwechsel. Zwei Sachen, die wichtig sind. Die Ölsiebe mit 15 Newtonmeter, Ölablasschrauben mit Magnet 20 Newtonmeter. Das hat man wirklich schon mit der Hand easy überdreht. Deshalb, die ganzen Schrauben beim Ölwechsel, die knallen sich gefühlt eh nochmal an. Und dann kriegt ihr die nicht mehr ab, deshalb behutsam. Vor allem wollt ihr das Gewinde im Motorblock nicht kaputt machen. Nachdem ihr das Öl eingefüllt habt, das Bike einfach nochmal kurz laufen lassen. Für 10-15 Sekunden im Stand nicht unbedingt viel Gas geben. Dann nochmal Ölstand kontrollieren und gegebenenfalls noch was nachkippen. Ich habe ja jetzt die KTM XC seit 3-4 Jahren schon etliche Ölwechsel gemacht. Und ich habe die damals gekauft mit 4 Betriebsstunden. Ich weiß noch, bei der Probefahrt habe ich die 5. Betriebsstunde drauf gefahren. Und seitdem habe ich kein anderes Öl benutzt als Motul 300V, also das 15W60. Benutzen ja die meisten sowieso. Aber das ist ja jetzt gefühlt eine Langzeitstudie, wenn man so sagen möchte. Weil ich bin wirklich kein anderes Öl gefahren. Ich bin das jetzt seit schätzungsweise 400-500 Stunden. Und ich habe wirklich noch gar nichts gemacht. Ich habe einmal, ein einziges Mal das Ventilspiel kontrolliert. Aber das war's. In 500 Betriebsstunden einmal Ventile kontrollieren und einstellen, das ist ja nichts. Also scheinbar erfüllt das gute Öl seinen Zweck. Besseren Erfahrungsbericht kann man nicht machen. Ich glaube ohne das richtige Öl würde der Motor niemals so lange durchhalten. Und ich hatte den ja sogar noch auf dem Prüfstand bei Polo, bei den Biker Days. Und da hatte der 51 PS am Hinterrad gedrückt. Und das ist ein richtig gutes Ergebnis nach 500 Betriebsstunden. Ich weiß gar nicht, mit was die 450 angegeben ist. Mit 52 PS oder so. Und dafür, dass ich glaube, sie hat 51,4. Sonst blende ich es nochmal ein. Nach so einer Laufleistung wirklich krank. Das ist richtig gut. Den Drehmomentschlüssel, falls es euch interessiert, den habe ich von KTM Power Shop. Da gibt es mit meinem Rabattcode SIKI 10%. Und auch Motulöl kann man da neuerdings bestellen. Auch da kriegt ihr mit meinem Rabattcode 10%. Das war es jetzt mit dem Ölwechsel und dem DT-Update.